Hey Riko! Hilfe! Riko, Riko, Riko! Hilfe! Ah, das war dann gleich weg, Digga. Riko, bist du mir grad im Herzen leid, Bruder, ob du dich jetzt grad, Digga... Mein Rank hat auch zurückgeschenkt. Oder vergewaltigt, oder was? Das sind Freakills, das sind Freakills, die tanzen von mir Freakills, Digga! Ehrlich? Alter, komm, hilf! Wo? Wo noch? Na, den sah, wo ich gestorben bin. Boah, egal, Schatzkopf. Ich schmeiß Luftklack drauf, aber noch, Digga. Wo bist denn gestorben? Ja, Bruder, was schmeißt du da, Digga? Keine Ahnung, ich hab was gedacht, sorry. Aber noch, Digga. Das Ding kommt mal auf mich näher. Hey, 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 bei mir, bei mir! Ich hab nur Shotgun, ja? Rambler. Yo, 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 yo! Die sind gar noch nicht mal gut. Einen hab ich genockt. Der andere ist 50er. Wo ist der andere? Ah, hat mir noch bei ihm. Der hat mich getroffen, noch. Der ist irgendwo im Haus drin. Schatz, bist du noch da? Jetzt über euch. Ja, ich bin noch da. Komm, komm. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Hier, hol einfach mal den Karten. Ich hab mich entschieden. Boah, nee, bei mir ist einer. Ja, ist egal, hol. Der ist auch da, der finischt mich, der finischt mich. Hol ihn. Wal. Ah, fuck, Digga. Siebenwitziger hin. Schenk, hol ihn. Nein, Schenk, hol ihn. Ach, Wal. Oh, die andere ist nicht. Runter, 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 runter. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber... Ich glaub, ich bekomme Kopfweh, das hieß. Ja, Genk, jetzt hol uns. Hol uns hoch, Genk. Also hol ihn hoch und nimm mal ne Karte und abmarsch. Ja, ja, wir holen euch wieder. Er hatte früher eben... Ah, ihr müsst Rico. Ihr müsst Rico holen. Ja, Doris, der hat dann den Sturm und der hat reingeschmissen. Ja, ja, ihr habt den Jiggy. Ihr habt zwei Jiggy's. Nimm mal beide ein Jiggy mit. Ja, ja. Ja, wir haben seine Karte. Ja, ja, wir müssen Ricos Karte noch holen. Fröhlichständlich epileptisch. Wir müssen die umtauschen, Digga. Egal, scheiß noch. Geht hoch zu Rico. Ja, hol doch meine Karte, einfach. Schreit doch über uns. Umtauschen, umtauschen. Wollen wir nachholen, Alter. Rico ist sick of the bugs. Digga, nein. Rico ist abgefuckt, Bruder. Weil die Leute vorhin getanzt haben, wir nix gemacht haben. Ja, f*** diese Missgebote noch. Warte mal ab hier. Ja, ja. Nein, scheiß drauf, die vor mir tanzen, Alter. Juckt mich nicht. Wenn wir das gerade 30 Jahre stehen, dann soll ich tauschen, Leute. Nicht tauschen, aber nachholen, Alter. Scheiß mal auf alles. Scheiß mal auf alles gerade. Haben die wenigstens geile Erste gehabt? Das waren die, die ihr gerade gekillt habt. Jalla. Hatte bismillah. Scheiß auf alle Gegner, wir müssen... holen. Erstmal Ricos Karte holen. Hab ich doch, Bro. Hä, echt? Jalla. Achso, okay. Einmal schön gucken. Links im Haus fallen Schritte, Digga. Ja. Scheiß drauf. Ich bin auf die Schritte. Oh mein Gott, da steckt jemand, da steckt jemand. Mach schön, mach schön. Alter, komm, da ist er, Alter, komm. Hab ihn. Nice, 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 nice. Da ist aber noch einer wahrscheinlich. So. Und jetzt. Jalla. 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 Lenkt ihn mal ab, lenkt ihn mal ab, komm mal her. Ja, ja. Alles gut. Tu so, als würdest du Ding. Ich weiß, ich weiß. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, Mann, ja, Mann. Nice. Der hat sogar, der hat sogar Happy Sniper. Wunder, ja. Wurzel, ich komme. Ja, genau. Wo bist du, wo bist du? Hier, hinten, 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 hier. Halt an. Hier, einer schon mal. Zaubern, komm her. Fähren, Mann. Er macht Ding. Bar. Liga, etwa drei Jiggis für uns alle. Sein Motherfucker. Und dann noch der Charakter. Der gefällt mir irgendwie. Ey, ich brauche ne Waffe, ich brauche ne Waffe, ich brauche ne Waffe, Leute. Äh. Wir haben noch vorhin noch Fähre genug. Warte, da sind welche, da sind welche. Ich hör was. Ah, ah. Ah, Hilfe. Ah. Abschöner, Hilfe. Ja, Bruder, ja. Da, Biggie, Biggie. Da, Biggie, Biggie. Äh, Digga, haben wir eins. Ey, Leute. Da hab ich mal gut erwähnt, dass ich grad eins mit der Pistole geballert habe. Ja, hab ich gedacht, Digga. Schrott, Schrottflintenspezialist steht da. Oh, ich hab von, ich hab von beiden nur viele Schrott in die Fresse gekommen. Ja, hier, nimm. Warte, du kannst einfach direkt, Biggie. Mach nicht hier, mach nicht hier. Komm mit, lass mal reingehen. Ich hab keinen Bock, dass jetzt noch jemand hier gekommen. Ein Biggie, ein Biggie. Ja, Alter, Alter, lebt ja noch. Ja, deswegen. Mach einfach hier in der Ecke her. Ja, ja. Äh, wenn wir dieses, äh, Liederne, äh, Jagdgewehr haben. Ein Infratiergewehr. Sieht aus wie eine SCAR, nur ist keine SCAR. Zeig mal her. Ja. Rico, willst du Sniper haben? Ja, gib Rico. Komm mal her. Ja, ist das Moni. Ist dir noch ein Biggie? Äh, boah, ja, ja. Das ist diese Holzsniper, weißt du noch? Season 1. Mehr? Hier. Hast jemand, hat jemand Shotgun, Moni? Äh, ein bisschen, ja. Gar nichts, der. Wenig. Nicht so viel. Oh, danke, Bruder. Ja, dann. Weiter, Jungs. Ja, jetzt. Boah, der Fahr war schön. Ah, hier. Ey, ey, Rico, komm mal her. Hast du noch Platz bei dir, Rico? Nein. Warum? Wegen dem hier. Nee, ich hab keine Zeit. Ich kann's mitnehmen, man. Echt? Ich kann's auch mitnehmen. Ich hab gerne mit. Bro, was ist das denn hier? I'm on a wave. Wo hast du das? Das neue, das neue Fahrzeug. Was ist das? Plus Flugzeug, halt, gibt's noch. Äh, ja. Digga. Okay, lass ihn weg, lass ihn. Höchst Ton im Brusten, Jungs. Ja, ja. Das ist verrückt. Ding ist, die hauen hier mittlerweile grad alles rein über die Season Stiefs, was gekommen ist. Hauen die alles in einen rein. Zonahme, der Jackson. Schatz, wenn wir uns irgendwann mal ne Rasselkatze anschaffen, dann muss es ne Main-Croom sein. Boah, Main-Croom, geil. Die sind toll. Oder der Rakdoll. Oh, der Rakdoll sieht auch süß. Ich würde ne Nacktkatze haben. Du bist ne Nacktkatze. Welche Haarfarbe? Schwarz oder? Oder Braut? Boah, Braut ist teuer, ne? Wir haben ne orange, äh, weiße. Boah, das ist geil. Musst du mal Haare färben mit dem Rot oder so. Was? Ich hab dich nicht verstanden. Gegner! Polo. Jetzt, so. Was ist mit Rot? Äh, er hat ne orange-weiße. Und ich sag, da muss er die, äh, das fangt oder rot. Leute, Gegner! Vor uns, ja. Komm, wir kommen. Also, ich find... Also, ich find... Katzen ja schon qualitativ, so. Ja, Hunde auch. Ich meine, wir haben... Die sind gut, die sind gut. Wo kam der Schuss her? Ja, die sind gut dahinten. Hunde sind halt einfach... Oh, komm, wir kommen. Oh, Granate! Kommt noch ne Granate! Ja! Ruiz, willst du leben oder regt noch? Ja, ich hab keine Angst. Willst du... ...leben? Komplett? Ja! Willst du? Kommen. Auf dem Dachter bei... ...äh... ...hundertfemmdechen. Ach so, ach so, ach! Oh, mein Knack ist hier weg! Ah, Hilfe! Abu, Abu! Hilfe! Oh, haben wir noch... Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wo ist es tätig? Yo, 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 yo! Dieser Hurensohn! Warum? Ich weiß, ich bin doch damit verpissen, Digga! Oh, hallo! Oh, hallo! Ey, safet mich mal kurz! Safet mich mal kurz! Ja, alles gut, ich bin der. Ja, oben auf dem Dach. Ich hab keinen Sniper im Mund! Habt ihr Sniper im Mund? Habt ihr Sniper im Mund? Da ist meine Zone! Da ist meine Zone! Also, der eine auf dem Dach ist gleich tot! Ja, der. Um, um! Oh, oh, oh! Warte! Ich muss den Schillis nehmen! Ich hab einen! Ich hab einen! Ey, hier, hier! Jordan ist auch noch weg! Abi! Jetzt, jetzt, jetzt! Ich sterbe gleich! Kommt noch einer! Kommt noch einer! Kommt noch einer! Sehr schön! Oh! Perfekt! Jetzt, 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 jetzt! Ölium, ölium! Ey, Baba, Baba! Schön, Baba! Schön, Baba! Ja! Keine Ahnung, ob das gut war mit der Granate von Maurice, aber... Na, Ahnung, Digga! Ich hab einfach nur gesehen, alles da reingeflogen, Digga! Flugzeug, Flugzeug! Jo! Oh! Oh! Ah! Ah! Hab ihn! Oh, ich will die Sky! Ich will die Sky! Ah! Fuck! Ey, Sniper! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Geh weiter rum, geh weiter rum. Ich nehm die Skull direkt. Ich glaub nicht, dass ich es schaffe. Okay. Wunderbar. Hilf! Dann kommt einer zu mir. Der ist bei mir. Da ist der, der gesniped da oben. Ah ne, der oben ist immer noch. Aha, haben wir noch gehen. Digga, die ficken. Ist der oben tot? Ja, der ist oben tot. Wenn ich keine Eier habe, das hier alles nutten. Oh mein Gott, Digga. Ey, ich will Biggie, Biggie. Ne, nehm ich schon. Okay, nehm du, nehm du, nehm du. Ne, nehm du, nehm du. Ne, nehm du. Okay, warte, warte, ich muss... Ich muss... Ich kann das nicht mehr, Leute. Was ist hier los, Alter? Ich kann das langsam nicht mehr. Obwohl... Ich hab halt kein Leben, ne? Gar nicht. Ja. Lass mal hier weg, lass mal hier weg. Hier sind wir eh so offensiv. Bist du nicht zum Sonnen? Komm, Meller. Ja, machen wir noch ein bisschen weniger lang. Lass hier lang, lass hier lang. Ich muss Sniper weglegen, ne? Ja, ja, das stimmt, ja. Das geht nicht. Ey, hier, Biggie, Biggie. Hier geht's. Nimm den, nimm den, nimm den, nimm den, nimm dir. Hier ist noch ne Dings. Hab ich schon, hab ich schon. Komm her, Rico, komm her. Hier ist ein Jiggy. Ah, perfekt, das läuft gut. Ich hab noch den scharftesten Gewehr mit, Alter. Ja, Rico, nimm den. Nimm den Jiggy. Lieber. Dann bist du der komplett full. Mach alles full. Der ist hinten. Der ist der komplett hinten. Ja, ich bin jetzt eh soweit. Nimm den einfach, nimm den einfach. Nimm den einfach. Nimm den einfach. Alter, das ist echt gerade ein bisschen praktisch, ne? Ja. Drei Teams sehen wir. Zwei. Ja, ja, ja. Wenn wir das nicht gewinnen, ist egal. War wieder ne geile Runde, mein Gott. Ja, ist jetzt schon geil. Ich finde, Ranked Runden sind einfach immer am geilsten. Das stimmt, ja. Die haben mehr Feeling, irgendwie. Warte mal, wie? Warte mal, wie? Zone. Extra anstrengend, weißt du was bei ihm? Ja. Lass hier hoch, lass hier hoch. Da vorne ist der Sniper. Äh, hier, äh, hier. Nimm mal die Dinger. Nimm die Äpfel. Lass hier hoch, lass hier hoch, komm. Oh ja, oh ja. Die Äpfel, damit du ein bisschen mehr Leben bekommst. Na, warte. Tschüsse. Ja, aus Fatal. Na, komm wir hoch, äh, hier hoch. Ja, wir pull. Ja, komm hoch hier. Die Seilbahn. Äh. Ja, aus Fatal, aus Fatal. Wohl geschossen. Da unten hoch. Ja, da unten. Oh, hier ist ein Biggie. Sehr geil, ist ein Biggie. Sehr geil, ist ein Biggie. Boah, kurz an der Fresse vorbei, Alter. Willi, Nigga. Willi, Nigga. Komm wieder. Gibt's auch nicht. Ich bin schlecht im Sniper. Ich bin auch da, der Sniper. Ja, hier unten ist irgendwo einer. Irgendwo hier unten. Der hat mich, der hat mich gar anhält, hat er verkackt. Ich sehe ihn. Treffer, unter Fünfer. Oh mein Gott, Nigga. Wieder fast getroffen. Der ist unten beim Stein da. Alter, der rift genau, der rift genau, der rift genau. Ja. 36er. Lea, f*** die, Alter. Wir pushen nicht, wir pushen nicht. Wir haben halt noch, wir pushen niemanden. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich glaub, ich hab ihn. Irgendjemand hat mich gehintet. Ja, hier unten. Ja, wir sind 16 oder 17. Für break. Das hilft nicht. Wir hängen da jetzt vorne. Ja, ich schneide den gerade. Wir schau. Wir schau dir auf. Wir schau dir auf. Noch einer. Noch einer. Wir treten gar nichts. ja ja die müssen raus er muss raus er muss raus er muss raus aus der zone ja mann wo wir ficken die drei leute hast du super überblick ja das ist eigentlich willst du auch was nicht dass die riften irgendwann machen mach die brühe und dann wird er tot ist der welche ey bruder Bei 150 da Wuhuuu Komm mal auf'n Dach Ja Ey, das wir haben grad so ein Schwein, dass die kein Dinger haben, ne? Dass die keine Sniper haben Ja, Mann Komm mal weg! Ey, du bist so behindert, oder was? Okay, du hast das angetroffen Ja, aber kein Leben weg, haha Alles drauf Alter, fick mal seine Granaten Digga, ich stress mir, keiner was magiert Diese Panzerfaust, der Raketenwerfer ist so langsam, ne? Wir haben alle drei Raketenwerfer, Digga Digga, wollt ihr mich verarschen? Ja, aber der Raketenwerfer ist so langsam, Digga Ja, deswegen dürfen wir nicht pushen Ja, wie viel haben wir denn hier im Mundi? Bitte? Ja, wir müssen pushen Wir müssen pushen Ja, ja, wir können chillen Wir können chillen Ey, jetzt wurde Robben Dinger einfach, äh, deutsche Bahn Dinger 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 Die Zone kommt, haha Ihr seid gezwungen Dinger Dinger Ich hab noch drei Sniper Schüsse, ja? Ja Is, Brudy, is Is Danke, Digga Fick dich Was ist hier los? Ja, wann? Ja, ich mach auch noch den Temp auch noch weg Oh, oh Oh, 25er Hit Hä? Ja Der auch Der weiß nicht wo dahinter, oder? Ja, wir ficken die, wir ficken die, wir ficken die Äh, der weiß nicht wo dahinter uns Jungs, die sind gefickt, die sind gefickt Die sind komplett offen, Digga Ja, Alter Kann man nicht auch kaputt, die sind? Ja, das Schwingen auch kaputt Falschweiß Ja, ja, ja Oh, der hat mich getroffen Der hat mich getroffen Der hat mich getroffen Ja, ja, ich sehe deinen Kopf Zone kommt, Zone kommt Ich sehe deinen Kopf, Digga Da Da Zone, Zone, Zone Zone ist runter Weil wir runter gehen einfach Ja, ja, das ist fast Puschen, egal Da sind zwei Leute, egal Egal, dass die keine Oder vier, ja Habt ihr auf jeden Fall alle gegen den anderen laufen Ja, alle hinter denen hier, glaube ich Ja, ja Mach das Ding kaputt, ja Ich hab einen Hab einen, hab einen Nein, die ficken mich, ficken mich Alles gut, holen wir Da kommt einer Aha! Flupflack auf mich! Digga Ah, er geht in wir, ah, ne, er geht nicht Granat auf mich Der ist weak Schön, Jungs Holen, holen Ja Schön, Jungs Schön Alter 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 Boah Was war das grad für ein Feeling, Digga Das war nicht Fortnite, Digga Ey, Digga War das grad für ein Bundesliga, Digga War das nicht grad in die Ruhe, wo wir 70 Mal gestorben sind und wir 70 Mal Leute wiederholen mussten Abo Digga, Silber 2, oder Pfff, schon der Anfang lief heftig Ich bin einfach von Silber 3, ne? Ich bin Gold 2 1 Das ist es Vielen Dank.